Guck mal, ey wie krass alter, der rettet seinen Kollegen Wie krass ist das denn alter? Richtig geil Der hat den leider echt vom Boden aufgehoben und er weggezogen Vielleicht will er den essen Oh, ich kann ihn nicht mal anstecken Alter, da kommen noch mehr Ne, die retten den Die ziehen den weg und gehen zurück Krass Ist so super wenn die KE immer besser wird und bei dir immer weniger funktioniert Na Alter, wo ist der denn hingelaufen mit der Fläche? Alter, die Weiber von denen, die sind so krass, die geben den Einschlag dann bis auf das Tod Ja, ich bin tot Die rasten noch vollkommen aus